Es ist eine tolle Gelegenheit für uns zum Netzwerken, es ist auch eine tolle Gelegenheit neue Informationen zu bekommen, neuen Input zu bekommen und deshalb sind wir immer wieder gerne natürlich bei euch Gast. Wir freuen uns aber insbesondere auch auf gute Gespräche mit unseren Partnern, mit langjährigen Geschäftskunden und werden da mit Sicherheit auch neue Ideen bekommen, neue Ansätze bekommen, die wir dann im Nachgang weiter verfolgen können. Unsere Partner gezielt zu stärken und mit guten Programmen zu versorgen, damit diese mit Freude verkaufen können. Nicht nur im sozialen Bereich, sondern natürlich auch im Nachhaltigkeitsbereich bewegen wir uns. Das sind ganz wichtige Punkte für uns. Wir reden nicht sehr laut darüber, wir machen aber schon seit vielen Jahren sehr viel und eines der Herzensprojekte ist mit Sicherheit der weltweite Brother Love Golden Ring. Dort wird für gelaufene Kilometer werden Spenden gesammelt und die einzelnen Niederlassungen machen da mit. Brother Deutschland ist dort weltweit führend und da sind wir natürlich besonders stolz drauf. Wir haben in den letzten zehn Jahren gute 200.000 Euro an Spenden eingesammelt, die an verschiedene karitative und soziale Einrichtungen gehen. Das ist eine Kinderkrebsstiftung, das ist ein Hospiz und so weiter und so fort. Aber da ist es uns besonders wichtig, dass wir da einhaken.